Das Video, das hier gleich beginnen wird, ist nicht für Personen unter 18 geeignet, beziehungsweise sollte nicht von Personen unter 18 geschaut werden. Alle anderen tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich habe euch gewarnt. Hey YouTube-Craigs, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Devil Within. Wir haben es ja letztes Mal geschafft, ohne zu sterben. Man mag es kaum glauben, so einen Zwischengegner zu erledigen. Das ist bei mir wirklich eine Realität, dass ich mal nicht fünfmal sterbe. So, und wir sind jetzt immer noch hier in diesen U-Bahn-Schächten oder mehr oder weniger jetzt sogar bei den U-Bahn-Gleisen. Okay, was war das jetzt? Hier ist Sound. Okay, gerade war der Sound irgendwie weg. Sehr strange. Oh, hier ist noch so eine kleine Figur. Okay, da ist der Übergang Richtung Leuchtturm. Und da versteckt sich das, da wird wahrscheinlich das ganze Geheimnis gelüftet werden. So, okay. So, ich stelle mich mal hier drunter. Sieht ja richtig nice aus. Schön klebber in der Schnauze. Okay. Ähm, genug rumgealbert. Was zum... Holy shit. Okay. Ja, wir haben immer noch keine Muni, kein gar nichts. Kann ich vielleicht ein paar Bolzen wenigstens herstellen? Nein, auch das können wir nicht. Okay. Was zum... You. Okay. Das war kein gutes Oben. Okay, irgendwas. You will. Okay. Jetzt kommt natürlich gleich da und das Ding wahrscheinlich durch meinen Körper durch. Ich glaube, ich duck mich jetzt einfach mal. Ich glaube, ich habe ja Glück. Okay, ich werde es davon. Ach nein, nicht schon wieder du. Okay, wo geht es jetzt wieder hin? Okay, ich muss rennen. What the hell is going on? Ach du Scheiße. Wo sind wir jetzt wieder gelandet? Zumindest sind wir mal weg aus diesem düsteren... Katakombenartigen U-Bahn-Schächten. Okay, der geht schon mal nicht weiter. Okay. Ach, da ist ja wie diese Gerätschaft hier. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenz. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Das sah schon immer so aus. Terribubig. Hallo. Hallo. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Ach so, ich darf den nicht nutzen. Okay. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Oh oh. Der Doktor ist doch der Gauner hinter allem. Irgendwas hat er angestellt. Da ist mir dieses Riesenhirn. Verdammt noch mal. What zum Teufel? Gleich Burn. Gleich Burn. Ach, ich kann die nicht mehr verbrennen. So, gibt es irgendwo Munition? Nein. What? Gut. Ja. Ziel wäre vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee. Okay. Das klappt ja wieder alles wunderbar. Munition. Keine Munition. Das ist dann nicht so gut. Verdammt. Sie ist jetzt echt so platt machen. Ich kann schon wieder nicht. So, jetzt noch eine. Und weg hier. Ist ja echt nervig, so ohne Munition. Der will mich echt kicken. Oh, er hat mich gekickt. So, das handelt sich hier nur noch um Stunden. Ich weiß gar nicht, ob ich so überhaupt sterben. Vielleicht muss ich hier auch irgendwas drücken. Hier ist ja mal parat irgendwas. Nein. Kann ich hier raus. Auch nicht. Schlecht. Schlecht. Das ist jetzt echt platt machen. Im Nahkampf. Ich habe so das Gefühl, dass die gar nicht sterben. Aber ich habe leider keine Muni, kein gar nichts. Oh, oh, Vorsicht. Ist noch verbunden mit diesem komischen Möchtegern-Bauch-Schnabel. Oh, fuck. Ich kann nicht rennen. Ja, die Lampe hilft auf jeden Fall. Verdammt nochmal. Nein. Verdammt. Was muss ich hier tun? Die sterben doch gar nicht. Ich glaube, keine Muni, kein gar nichts. Muss ich hier irgendwas machen an den komischen Badewan-artigen Sachen hier. Die kaputt schlagen auch nicht. Ist ja wieder super. Ich muss die irgendwie platt machen. Aber die sterben ja nie. Ich habe auch keine Spritze, kein gar nichts, absolut nichts. Oh, ich habe einen Schuss noch. Der muss dann aber auch wenigstens sitzen. Ich glaube, die sterben hier echt nicht. Verflucht. Was zum Teufel muss ich hier tun? Vielleicht hier haben wir das nicht schießen müssen. Anziehen kann ich sie ja auch nicht. Oh, oh, da liegt einer. Jawohl. Einer weniger. Sie sterben ja doch irgendwann. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Zwei gegen einen. Ist natürlich auch nicht so toll. Ich bin auch schon fast tot. Nein. Ah, das war blöd. Ich sehe es schon kommen. Das kann ich nicht mal mehr erinnern. Das war überhaupt nicht gut. Oh. Wie oft muss ich den eine reinhauen? Nice kick. Mein Gott, das dauert ja wieder hier. So, ich versuch's noch mal. Oh. Wir haben mal daneben geschlagen. Und nochmal. Das blöde ist, ich kann einfach nicht so weit rennen, was sonst. Oh, die sind ja schneller als ich. Oh, jawohl, jawohl, jawohl. So, dann ist nur noch einer. Ich bin durch ein bisschen Munition da fallen lassen. Oh mein Gott, was war das? Oh, da liegt was, da liegt was? Munition. Yes. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Wenn ich jetzt sterbe. Komm schon. Und schnell hin. Jawohl. So, jetzt stürzt das Ganze doch ein. Das haben wir doch schon mal gesehen. Okay. Uh. Kapitel 14. Überlebt. Und damit starten wir. Kapitel 15. Und damit das letzte Kapitelchen in diesem an sich guten Spiel. Spiel aber hat doch ein paar Macken, meiner Meinung nach. Und ja, da sehen wir mal. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Okay, das ist ja unsere Partnerin. So, was mit der los ist. Weil ich nicht auf der guten Seite, sie auf der schlechten Seite ist, die Mitte uns gegen uns sind wir die Bösen. Das ist schon ein bisschen noch verwirrend. What? Das bin ich selbst. Äh. Okay. Ganz schön verwirrend. Die ganze Handlung. Alright. Das hat sich jetzt schon wieder hier geändert. So fühlen wir immer noch die heruntergekommene Version. Und ich denke, ich bin eigentlich schon da, wo ich die ganze Zeit hin will. Nämlich in dieser, in diesem Turbe, dem Licht. Internes Gesprächsprotokoll, 13. März 2013. Ermittler Vieh. Sie wissen, warum sie hier sind, Detective Castellanos, weil sie ihren Job nicht machen. Vieh. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drogen, Einschüchterung und psychischer Gewalt, äh, physischer Gewalt. Castellanos. Wenn sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden sie jetzt meine Mark und meine Waffe kassieren. Vieh. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber behalten sie im Auge. Castellanos. Da sind sie nicht die Einzigen. Was soll das heißen? Beschatten sie mich weiter, dann finden sie es bald genug heraus. Wenn sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig? Fürs erste Jahr. Aber sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Verhürze mal. Okay, es scheint so, als ob ich schon irgendwie damit zu tun habe und wahrscheinlich irgendwie mein Gedächtnis oder whatever verloren habe. Oh shit. Oder einfach... Oh. Ich kriege auch mein Verstand verloren. Scheiße, so sah das hier mal aus. Bin ich das vielleicht? Kann man eigentlich nicht sagen. Nicht wirklich. Der ist zu jung dafür. Hier lang. Okay, so sah das Teil hier wahrscheinlich mal wirklich aus, bevor es irgendwie komplett zerfallen ist. Oder zumindest in meinem Gedächtnis so zerfallen aussieht, in meinen Gedanken. Okay, wo sind wir denn hier schon wieder gelangen? Das sieht irgendwie jetzt nicht so... Was ist denn das denn für eine Klapse, ey? Oh Gott, der bewegt mich ja Experimente gemacht. Habe ich eigentlich irgendwie hier... Nein, ich habe nichts, um mich zu heilen. Oh, schlecht. Okay. Hm, interne Kläranlage. Oder wie sehe ich das hier? TN5GWS. Also gut, Kleiner. Wo führst du mich hin? Ja, da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Da steht er. Wow. Was zum Teufel. Okay, was sind das hier für komische Fässer? Sehr verdächtig. Ich höre hier gar nicht mehr auf mit dem Gang. Jetzt wissen wir wahrscheinlich, glaube ich, so, dass alles so zertrümmert aussieht, so zerfallen. Oh, oh. Oh, oh. Shit. Oh, oh. Shit. Ich muss hier weg. Na, da geht's... Oh, shit. Okay. Okay. Draußen. Und an unserem Ziel angekommen. Okay. Wie gedacht... Genau wie Joseph gesagt hat. Ist das wirklich diese Beacon, da wo eigentlich alles angefangen hat. Kapitel 15 im Angesicht des Bösen. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Da geht's ganz schön tief runter. Okay. Okay. Dann lasst uns mal dahin trotteln. Oh, da ist ja Leslie. Oder auch nicht. Verdammt. Alright. Okay. Hier gibt's ja nix zum Aufsammeln. Puh. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Okay. Okay. Es sieht alles so aus, als ob wir grad hier angekommen wären. Also... Ich hab's gewusst. Gut. So sind wir damals hier rein. Am Anfang des Spiels. Oder am Anfang des Spiels. Das sieht's hier immer noch so aus. Holy shit, Jungs. Wird ja hier alle massakriert. Sehr gut. Gar nicht gut gebrauchen. Das nutzen wir doch auch gleich. So. Okay. Gehen wir mal hier kurz rein. Hier ist nichts. So. Das können wir auch gut gebrauchen. Nice. Nice. Okay. Aber ich wollte eigentlich noch gar nicht da rein, weil hier gab's noch was. Ich schau mal kurz hier um die Ecke. Was gibt's denn hier Schönes? Okay, da geht's nicht weiter. Dann müssen wir wohl doch hier lang. Ah, wir sind jetzt schon wieder zu. Okay. Ein Geheimgang, was? Ok Ah, dann kletter mal Also jetzt bin ich echt gespannt Ich bin echt gespannt Ich bin echt gespannt Okay So, wir können hier lang Ja, da geht es eh nicht weiter Dann holen wir uns das schon Und weiter nach unten Ach, schon wieder so Klippermasser rein Hoppala Da sind wir doch letztens hier runtergefallen Oder sah das nur so ähnlich aus? Oh Gott, oh Gott Na gut Jetzt bin ich echt gespannt Hier unten waren wir ja auch schon mal Oh, da lag noch was So, Leslie Was willst du uns zeigen? Verdammt Verschwindet er jedes Mal Jetzt gucken wir erstmal hier noch Hier brauchen wir auch zwei Schüsse Und ich denke nicht, dass es da schon weiter geht Und einmal wieder sind wir in irgendwelchen Katakomben unterwegs Okay, da geht es nicht weiter Scharf hier zur Munition Und das war es auch schon Da kann ich nicht drüber durchschlupfen Also müssen wir wieder zurück Komm schon, Junge, du schaffst es So, was gibt es hier eigentlich? Wieder ein bisschen Klipper Kann man sich hier verstecken Aufmachen Nichts Okay, 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 okay Nun gut Was versteckt sich in dieser abgesperrten Tür? Oha Was ist denn das hier? Lauter Kabel So Unendliche Gänge, Türen Was ist denn da los? Sorry Jungs Ich bin wieder ein bisschen kält Und muss hier nebenher immer husten Ich versuche das so gut wie möglich Dann rauszuschneiden Was ist denn das hier? Okay Das ist wahrscheinlich dieser Leuchtturm So Zwei Türen Wir nehmen gleich mal die erste Aber hier scheint es nicht so viel zu geben Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte War es schon zu spät Ich war so nah dran Jimenez Er wusste es Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war Um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen Des Apparats, den ich hätte bauen sollen Meine Daten Meine Ausrüstung Meine Theorie Mein Geist Sie haben meine stärkliche Hülle ersetzt Mit einer neuen Dimension der Qual Okay Dimension der Qual Hm Bin ich immer gespannt So Mal sehen wo es jetzt hingeht Nach oben zumindest wieder Okay Da geht es einiges nach oben Jetzt fahren wir in den Turm Und das Licht ist wahrscheinlich das Übel allen Bösens So So sind wir jetzt ganz oben Ne Komischerweise nicht Naja gut Das ist ein kleiner Fehler Okay Ja Sieht sehr komplex aus Ach wir sind wieder draußen Okay Okay Was kommt jetzt Oh da ist der Leslie Leslie Ich meine hier ist er vielleicht doch der Böse Ich meine hier bin ich ganz hoch müssen Da liegt doch nix rum oder? Doch da ist eine Kiste Wenn ich genau wissen was auf uns zukommt Würde ich sagen versuchen wir so gut wie möglich alles mitzunehmen Da kommt sicherlich noch irgendwas auf uns zu So dahinten noch schnell vorbeischauen Nein hier gibt es nichts So dann schauen wir doch mal Okay Okay Kontrollpunkt Und ich würde sagen wir machen hier für heute Schluss Leute Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Womöglich im letzten Video Yei yei Womöglich im letzten Video Wir haben hier